Mahlzeit, was machst du da? Auspacken. Ich finde das immer so lustig, wenn wir Videos drehen, meine Damen und Herren. Erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber ich finde das sehr, sehr lustig. Hört sich an wie so einem schlechten ***. Was machst du da? Der ***. Der ein Paket gekriegt. Was richtig, richtig cool ist. Und zwar eine Käppi. Eine Käppi ist auch cool. Käppi kann man immer gebrauchen. Da ist sehr viele Informationen drin, deswegen muss man die ein bisschen größer machen. Okay, jetzt machen wir eine richtige Werbung. Noch was? Und zwar so einen richtig geilen Gimbal. Ja, guck mal hier. Von DJI. Und zwar eine ganz, ganz neue Generation. Das ist der alte, mit dem wir immer gedreht haben. War schon sowieso mega. Das ist der neue. Das ist das neue Modell. Wie geht das hier, Kollege? Nein, ich mag das auch nicht. Ich bin noch in der alten Schule. Ich schmeiße die Kartons nicht weg. Sondern ich behalte eben alles. Das ist wirklich so. Falls man irgendwas noch verkaufen möchte, oder, oder, oder. Es ist immer besser, mit einem Original-Karton, als ohne. Ich finde es schön, dass alles eingepackt ist und so weiter. Richtig. Guck mal, so ein Tisch. Oh, guck mal hier. Ja komm, das ist schon eine coole Liga. Oh ja, das ist geil. Schon ein bisschen anders aus, ne? Geil. Warte, wie komme ich hier dahinter? Hier. Zumachen. Jetzt noch eins. Boah, nee, das ist mir zu kompliziert, das zusammenzubauen. Zum Glück hab ich dich. Ja, okay, das ist echt cool. Das finde ich echt cool, ne? Hab ich auch schon mal gemacht. Das kann man hier so abstellen. Auf dem Bauch. Ja. Oder auch natürlich als festes Ding. Hat sogar unser Altes auch. Mhm. Ist das irgendwie ähnlich aus, ne? Mhm. Ja. So. Da hat sich nicht viel geändert. Anschlüsse. So was hat alles fertig an, ne? Ja. Ist das so? Man merkt auch, gute Firmen. Ist das Akku? Ist das so? Oh ja. Ja, Kollege. So. Tasche leer. Fast. Auch gut, ne? Du hast verschiedene Taschen, kleine, dass das alles durch die Gegend fliegt. Ja, damit kannst du dann noch einen anderen Griff verwenden. Ich finde das nicht cool, äh, wenn wir zum Beispiel verreisen. Manchmal weiß man gar nicht, wie man das einpacken soll, ne? Boah, so geil, ehrlich jetzt. Fett. Echt, echt fett. Hast du aufgelangen? Ich wieder weiß. Boah, eigentlich. Boah, hier an, hier. Mein Akku ist ja hier. Komm, wir probieren es sofort aus. Ich liebe es und ich liebe das, ne? Wenn ich irgendwas kaufe und das zusammenbaue und überlege, scheiße, wie mache ich das? Das funktioniert nicht. Und hier und da. Und am Ende des Tages gucke ich und dann sage ich... Ach, Belzec. Hättest du das gelesen, wäre es leichter. Aber dafür, wie es so spannend wird. Boah, sieht echt geil aus. Jetzt können wir es auch machen, ne? Oder jetzt ist, glaube ich, leer. Hm. Jetzt wollte ich es unbedingt ausprobieren. Dann müssen wir erstmal laden. Ja, müssen wir auch laden, auf jeden Fall. Naja, aber vielen Dank, äh, wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass wir das, äh, ausprobieren dürfen. Wir werden auf jeden Fall berichten. Was ist das für Kabel? Ähm, das ist quasi nur ein kleines Update-Video hier, für euch, womit wir drehen, damit ihr auch seht. Wir schlafen nicht. Sondern, boah, das sieht echt gut aus, ne? Sondern, äh, wir versuchen, die neueste Technik hier aufzugreifen und, ähm, damit ihr die Videos so schön wie möglich präsentiert bekommt. Aber ich bin ehrlich gesagt... Was ist das? Ich habe noch nie so ein Gimbal in der Hand gehabt. Ich bin ehrlich. Jetzt muss ich mal gucken, wo man das aufladen muss. Ich glaube an der Batterie wahrscheinlich. Ach, hier. Siehst du, das ist so, weil man nicht liest, ne? Das ist wie manchmal... Manche Abonnenten, die nicht hier zuhören. Und dann kann man da einen Kommentar loslegen. Auf jeden Fall, äh, wir landen auf. Dann können wir gucken, wie das funktioniert. Könnt ihr selber als Kommentar hier schreiben. Ist das besser? Ist das schlechter? Ist einfach optisch ähnlich. Klar, die wollen jetzt nicht die Welt komplett neu erfinden, aber ich finde, äh, das ist etwas geil natürlich, ne? Mhm. Klar, ist ja neu. Vielleicht wegen der Carbon, wegen dem roten Streifen und so weiter. Sieht etwas, äh, etwas schöner aus, optisch. Ach so, muss man auch noch gucken. Okay. Laden wir es auf. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.